Ein absolutes Highlight der Herning Horse Show 2017 waren die Galashows. Die zwei spektakulären Abende vor ausverkauften Rängen in der Boxenarena standen ganz unter dem Motto die vier Jahreszeiten. Ein besonderes Pas de Deux faszinierte die Zuschauer mit hoher Dressur. Hochzeitsschimmungen bei der Isländer-Quadrille und einem tanzenden Brautpaar. Rasante Manöver auf den Pferderücken boten die Stuntmenner. Topsport beim 1,40 Meter Kostümspringen. Ehrung mit Dänemarks Prinzessin Benedikte. Ein richtiger Horseman, Will Rogers, faszinierte mit seiner Verbindung zwischen Reiter und Pferd. Atemberaubend auch die Dressurkür im brennenden Viereck. Zwei beeindruckende Shows hier in der Boxenarena.